Ganz ehrlich, die geile Pappschlange ist meine Lieblingswacht. Äh, nein. So, und ausgeräumt eiskalt. Und der nächste. Also, ihr könnt mir gerne die Comments schreiben, wie viele von den Viechern ich schon getötet habe, falls es euch Spaß macht. Also, was? Ah, da ist eigentlich die Uhr. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott, das ist doch verarschend hier. So, beeilen wir uns mal. So, wenn man auf einen Turbel geht, dann machen wir so. Du musst gut abschätzen können. 10, 11. Was? Ja, ach, cool. Äh, nee. Boah, Leute, das Land ist zu schwer. Viel zu schwer. Das ist echt der Verarsche. Goblin! Wo ist hier die Uhr? Mal ohne Turbel. Wer? Ja, eine Hexe, die kann ruhig sterben. Drei, zwei, eins. Ja, perfekt. Perfetto. Jetzt kommen wir da auch noch. Alter, nicht die Frau vergewaltigen. Oh, ja, perfekt, perfekt. Ich hab's geschafft. Und der ist hier... Wie? Iiiiih. Das Spiel hier ist echt brutal. Aber ich hab das Level geschafft. Schallo. Hä? Weil es sich vorher eine Hexe trinken? Drei, zwei, eins. Oh, lol. Na, beeil dich. Ich will raus hier. Uh. Stille. Boah, ja. Nächstes. Dr. Bava ist Instant-Leben-Form. Nur Wasser und Blitze zugeben. Ich bin also Frankenstein. Ah, 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 ah. Hier sterben immer mehr Frauen. Ob das jetzt rassistisch sein soll? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in den kranken Köpfen der Entwickler vor sich geht. Nein. Ach du Scheiße. Zu zweit. Ja, genau. Oh, nein. Ich werde von einem zum nächsten geschickt, oder was? Ich... Ja, nein. Die Zeit ist doch viel zu knapp, oder? Drei, zwei, eins. Sollte richtig sein. Ah, schade. Ich dachte, jetzt hätte man den Titel, meinen Grafikfehler, zu meinen Gunsten gemacht. Aber nein. Start. Was ist denn? Ja, ich kann den Titel, meinen Grafikfehler oder den Titel, meinen Grafikfehler, zu meinen Schatten? Ja, ich kann den Titel, meinen Grafikfehler, zu meinen Schatten, meinen Schatten, meinen Schatten, meinen Schatten. Nicht im Morgenstern rumfahren. Komm schon, Pudding, den linken Gang zurück. Was? Nein! Boah, Alter, hör auf, Pudding zu schlagen. Neh mal, die ist doch so. Oh, shit. Ich hab keinen Ball. Hier gibt's ja auch gar kein Balltrial. Nein! Oh, ja. Die sind schon mal weg. Drei, zwei, ein. Pudding kommt. Ungeplant, aber immer wieder gut. Und ohne Scheiß VIP-Token haben wir's gleich mal geschafft. Ich sollte mal weniger häufig das komische Token nehmen. Seil. Oh, Gott, Gott, Gott. Ich kann's glauben, dass ich grad so gut durch die Welten komme, obwohl ich wirklich gar keine Ahnung von dem Zeug hier hab. Das sieht böse aus. Eine Dinner-Party! Und rate mal, wer auf der Karte steht. Oh, Gott, was trägt der da für dich? Egal, ich geh mal. Was? Warum? Wieso? Hey, warum noch mal? Verarschen? Oh, also gut. Eine Scheiße haben wir ihm geschickt. Gern mir doch. Oh, wie wir gut sind. Nein, die armen Kamelen oder Giraffen oder was das ist. Nein, falscher Weg. Shit. Oh, das hat sogar mich jetzt erschreckt. Oh, geschafft. Wenn das jetzt Endlevel war, dann war es unspektakulär. Ach, ne. Faszinierend, wenn du alle Schien dieser Bahn aneinanderreißt, bekommst du auf jeden Fall Kopfschmerzen. Äh, ne Uhr? Oh Gott, oh Gott, sieht mir verdächtig nach Endlevel aus. Ich verstehe, warum ich Kopfschmerzen bereichst, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. So, buh, 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 falsch geschrieben. Boah, Eiskeil aus dem Weg geholt. Shit. So. Nun, wir sammeln hier Tokens ohne End. Ja, Skelette mag ich nicht. Oh, komm. Guck deswegen. Die sind einfach nur wie... Halt, stopp. Oh, alter Klassenkirchen. Oh, hat's sogar. Hä? Nö. Wo schlägt da noch die Uhr? Weißt du, ich bin gleich tot, oder was? Na klar, mit mir kann man's ja machen. Was? Wo kam der jetzt her? Shit. Was? Das ist die Hölle? Und ins Zahnrad. Hä? Ja, Kopfschmerzen, ich hab's verstanden. Also, den Witz nicht, aber... Akustisch. So, 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 so. Und streng unsere Grauenzellen mal ein bisschen an. Wir kommen noch gleich hier. Hä? Hä? Wo kommen die immer her? Ich seh die nicht. Na, zweimal hintereinander. Verarschen. Na, also. Nö. Der kriegt jetzt. Nein. Wie schlauer als ich gedacht hätte. Oh, nein. Hallo, ich will nicht. Nein. Nein. Wieso liegt hier kein Baldrian rum? Letzte Welt hin oder her, Mann. Nein. Mich retten diese scheiß Jack Traps? Und ich freue... Ah, da ist Baldrian. Boah, die Augen haben die Augen gefehlt, ey. So wenig. Also. Oh. Bitte war's das. Oh. Wo ist hier das... Das ist mal nicht mehr so weit. Was soll das hier darstellen? Boah, ich hab's so schön. Hä? Was? Ach nee. Sooo, wieder fahrtrych, schnell, schnell, schnell. Oh, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Bitte. Ja! Ja! Oh, ich bin so glücklich. Ja! Endlich mal normale Leute. Ja, sehen ganz normal aus. Ih. Was? Wo ist hier jemand normal, hä? Wo? Zeig mir einen Ort. Hey, aber endlich mal nicht so dumm verdrehen. Hab eh schon eine Art Drehruhr. Und beschissen. Wo ist... Äh, genau so wie ich es geplant hatte. Gehen wir jetzt hier lang. Und wir geben uns in diesen epischen Kampf. Und die Kontrenten zu uns gegenüber und geschaffen! In diesem spektakulären Zweikampf... ...hab ich gesiegt. Ja, ha, 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 ha. Ja. 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 Ungeplant, aber trotzdem gut. Also... ...haha, ha, 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 ha. So, genau. Ein bisschen Tuabo! Und in den Pop... In die Popperze. In die Poco. Jetzt brauche ich nur noch den Kopf noch eines Monsters. Ich bin schon ruhig, keine Sorge. Hätte... Ja, natürlich trittet er sich hier durch. Was denn sonst? Müsst eigentlich so passen. Ich bin schon ruhig, keine Sorge. Überlegen, überlegen, überlegen. Kopf zerbrechen. Wie zum Teufel soll ich da jetzt landen? Ey. Ich muss doch hier jemanden erschrecken. Wie zum... Hm, vielleicht muss ich dich hier zu mir locken. Bösen. So. Und jetzt kriegt er. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin ganz... Also, äh... Also, äh... Wie zum Haus. Also, äh.